Servus! Ich wollte euch heute zeigen, wie man genau einen Ellbogenschoner anzieht, auf was man achten sollte, auch bezüglich Passformen etc. Ein Ellbogenschutz ist je nach Körpergröße und Gewicht natürlich ausschlaggebend, was man benutzen oder was man sich holen sollte. Es gibt verschiedene Passformen von den einzelnen Herstellern, die je nach Körpergröße oder je nachdem wie man gebaut ist, besser zum Zuge kommen, dass man auch wirklich was ordentliches hat. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie man diesen Ellbogenschoner anzieht. Was wichtig ist, auf jedem Ellbogenschoner steht unten drauf, ob es für den rechten oder für den linken Arm ist, dass man auch wirklich keinen Fehler macht. Und ich zeige euch gerade mal, wie man das macht. Was wichtig hier ist, dass wirklich der Ellbogen wirklich in der Kappe innen drin sitzt, damit man wirklich einen perfekten Sitz hat. Jetzt ist der Ellbogenschoner komplett drin. Der Ellbogenschoner verrutscht nicht, wie man es auch sehen kann, wenn ich es bewege. Man kann auch verschiedene Arten die Straps zu machen, das ist je nachdem wie man es am liebsten hätte. Ich zeige euch gerade mal, das ist jetzt die Standardvariante, wo eigentlich alles nur geradeaus verknüpft wurde. Man kann es natürlich auch über Kreuz machen, je nachdem was man am liebsten hat. Was dazu auch noch wichtig ist, ist, dass wirklich ein Ellbogenschoner sitzen sollte, von circa Mitte des Oberarms bis Mitte des Unterarms, wie es jetzt hier ist. Einfach nur um den kompletten Schutz zu geben, wenn ich einen Ellbogenschoner an habe, mit Schulterschutz und Handschuhen, dass wirklich der komplette Arm geschützt ist und so wenig Freiräume sind, wie es liegt. Bei weiteren Fragen sind wir natürlich immer gerne zur Stelle und helfen euch. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Größentabelle auf unserer Webseite euch angucken, bezüglich Körpergröße, Gewicht und da seht ihr eigentlich alle Infos. Die sind auch außerdem verlinkt unten auf unserer Infoseite von YouTube und schaut gerne rein. Danke! Sichern Sie sich jetzt unsere Angebote unter www.hockeyshopforster.de ist in the game. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!